Ich sag mal so, Karriere ist wie ein Skywalk. Erst musst du müde abends bergauf und dann ist vielleicht alles noch nicht so ganz sicher, weil hier oben alles noch aus Glas ist, aber wenn du merkst, es trägt dich, dann hast du es geschafft. Dann kannst du dir auch mal hier so eine schöne Aussicht erlauben, weil von oben guckt sich und spuckt sich natürlich immer besser.